Es ist immer so dermaßen viel los, wenn ich mir was zu essen oder zu trinken berühren möchte. Da sind immer so lange Schlangen. Ich will auch nicht vorher schon gehen, weil wir sonst das Spiel verpassen. Ich finde das einfach eine tolle Aktion. Noch dazu sehr erfolgstümlich mit Bier und Wurst. Ziemlich cool, ich finde es halt praktisch und Media Markt, dass sie sowas veranstalten, finde ich schön. Das finde ich für Media Markt echt super. Wirklich eine super Aktion. Und was wollen wir mehr, oder?